Bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich erst mal kurz mich und auch ProSys vorstellen. Mein Name ist Kai Hackbart, ich bin wie gesagt bei der ProSys Software, bin dort jetzt seit gut 15,5 Jahren tätig. Als Evangelist und bin auch eben sehr stark unterwegs, wie schon gesagt, bei der Standardisierung im Board of Directors von der OSGI Alliance. Bin Co-Chair von der sogenannten OSGI Residential Expert Group, wo wir uns halt eben mit Smart Home spezifischen Spezifikationen auseinandersetzen. Bin seit letztem Jahr auch im Industrial Internet Konsortium unterwegs und betreue da so ein paar Arbeiten im Rahmen der Testbets, die da gemacht werden. ProSys selber, wir sehen uns als Mittelwert Provider, IoT Mittelwert Provider. Wir stellen eigentlich eine End-to-End-Lösung zur Verfügung, die eben auf Java OSGI basiert. Und ja, wir sind insbesondere Spezialisten, was das Thema Embedded Software angeht. ProSys wurde gegründet 1997, wir sind hier in Köln. Wir haben auch eine Niederlassung in Bulgarien, in Sofia und wir sind so ungefähr 110 Mitarbeiter und sind auch gerade dabei, das auszubauen. Und ansonsten, ja, wir sind da stark unterwegs, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Viele Kunden, Partner-Ökosysteme, was wir aufbauen, weil das Thema IoT letzten Endes nicht von einer einzelnen Firma abhängig ist, sondern eben von vielen verschiedenen Playern und das wollen wir halt eben auch vorantreiben. Ja, wie schon zuvor erwähnt, Bosch hat ProSys Software letztes Jahr gekauft, im Februar. Und ja, also der Punkt ist, dass Bosch eigentlich eine Strategie hat, dass wir halt eben standardisierte Lösungen zur Verfügung stellen wollen. Das Ganze auch eben mit Open Source ergänzen. Das heißt, Standards und Open Source dienen dazu, eben offene, erweiterbare IoT-Ökosysteme aufzubauen. Und, okay, ja, super, alles klar, dankeschön. Ja, ja, das ist etwas besser, genau, ja. Ja, letzten Endes ist es so, dass also ProSys als, ja, sag ich mal, eigenständige Unit bestehen bleibt. Das heißt also, die Software, die wir entwickeln, die werden wir auch weiterentwickeln und wir werden auch die Kunden weiterhin betreuen. Darüber hinaus müssen wir uns natürlich in diese Bosch-Welt integrieren. Und da gibt es halt eben die sogenannte Bosch IoT-Suite, die halt eben aus vielen verschiedenen Komponenten besteht, insbesondere halt eben in der Cloud. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt so der Stand der Dinge und das treiben wir halt gerade voran. Ja, ja, einfach nochmal, um das so ein bisschen zu visualisieren, Bosch kommt natürlich ganz stark aus der Welt der Sensorik, größter Sensorhersteller der Welt, größter Automobilzulieferer der Welt, einer der größten weiße Warehersteller, machen viele weitere Geräte, die letzten Endes halt eben ans Internet angebunden werden sollen und sieht sich halt auch unter anderem deswegen als ein idealer Player für das Thema IoT. Die Gateway-Software ist im Prinzip basierend dann auf dem, was von ProSys kommt, Java, OSGI. Und dann gibt es natürlich einen Cloud-Enterprise-Teil. Bosch hat ja im März auch bekannt gegeben, dass sie eine eigene IoT-Cloud bereitstellen. Und dort sitzt dann halt eben die Bosch-IoT-Suite mit ihren ganzen Komponenten zum Thema Identity-Management, Big Data-Analytics, Remote-Management und derartiges. Und darüber sollen natürlich dann halt auch weitere Services, unter anderem auch eben End-User-Apps, zur Verfügung gestellt werden können. Ich finde, also für mich ist das immer wichtig, so ein bisschen auch unsere Position, was das Thema IoT angeht, klarzumachen, weil es irgendwo schon auch dann einen Kontext gibt, warum Java und auch eben OSGI eine wichtige Rolle hier spielen. Zum einen, IoT ist wirklich auf jedermanns Agenda heute. Ja, also ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, das also nicht über IoT mittlerweile redet. Man hört natürlich unterschiedliche Zahlen von unterschiedlichen Analysten, irgendwo zwischen 20 und 50 Milliarden angeschlossene Geräte in 2020. Spielt gar keine Rolle, wie viel es ist. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Markt. Und es gibt eben eigentlich keinen Bereich, der davon nicht betroffen ist. Smart Home ist ein Beispiel, das Thema industrielle Automatisierung ein anderes, das Thema Logistik, Automotive. Es geht wirklich über alle Branchen hinweg. Und man sieht auch im Moment, dass also eigentlich alle namenhaften Unternehmen in IoT investieren. Hier nur ein paar Beispiele, also Google, Samsung, Apple, Cisco, auch Unternehmen natürlich wie Deutsche Telekom, Bosch, nicht zu vergessen, investieren halt jetzt wirklich in teilweise eigene Plattformen oder halt eben in bestimmte Technologien und derartiges. Und was man auch eben halt sieht, dass schon eine kleine Übernahmewelle stattgefunden hat. Google hat Nest gekauft und derartiges. Was man zusätzlich noch sieht, ist, dass es halt eben ganz viele Crowdfunding-Projekte gibt, unter anderem auf Kickstarter, Indiegogo und derartiges. Und auch zu allen möglichen Themen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar ausgewählt, um so ein bisschen so das Internationale und auch das Nationale zu zeigen. Also zum einen LiveX natürlich, diese Leuchte, SmartThings mit seinem Smart-Home-System wurde ja von Samsung übernommen. Tado, ein Unternehmen hier aus Deutschland, das so eine Heizungssteuerung macht. Und Pipesbox, die halt auch ein, ich sag mal, auf Raspberry Pi basiertes Smart-Home-System entwickelt haben. Und was man halt eben zusätzlich sieht, dass es auch natürlich viel Venture-Capital jetzt in solche Unternehmen investiert wird. Und wie gesagt, ein paar von denen sind mittlerweile schon übernommen worden, aber andere, auch hier in Deutschland, kriegen mittlerweile richtig große Summen. Ich meine gelesen zu haben, dass Tado jetzt nochmal kürzlich irgendwie 20, 25 Millionen Euro Venture-Capital bekommen hat. Dann gibt es dieses berühmte IoT-Landscape. Das ist einfach nur, um zu visualisieren, wie komplex das ist. Und man findet da noch nicht mal alles wieder. Also das sind hier, ich sag mal, viele namenhafte Unternehmen, Technologien, Standards. Man kann das eigentlich kaum noch fassen. Und ich glaube, dass das Thema Interoperabilität, natürlich, dass man hier Schwierigkeiten bekommt, dass das ganz sichtbar ist. Und wie gesagt, das geht halt von den Geräten bis hin zur Cloud, wo dann Services bereitgestellt werden. Und das meiste davon landet meines Erachtens auf dem Schrottplatz. Warum ist das so? Zum einen, weil halt eben proprietäre Technologie zum Einsatz kommt. Man hört natürlich immer wieder, dass Standard verwendet werden. Aber in der Regel ist das irgendwie limitiert auf die Protokolle, auf die Kommunikationsprotokolle. Z-Wave, Zigbee und derartiges. Die Erweiterbarkeit ist dann in der Regel auch abhängig von dem Hersteller, von dem einzelnen Hersteller. Und in den meisten Fällen, also wenn man halt eben so ein Beispiel Heizungssteuerung hat, es gibt kein Tooling. Man kann es also nicht irgendwie in eine andere Landschaft, in ein anderes Ökosystem integrieren. Und wir denken jetzt also insbesondere natürlich, wenn es um Smart Home geht, dass also Telcos, Cablecos natürlich eigentlich eine dominante Rolle spielen können, wenn es darum geht, Ökosysteme aufzubauen. Dann, was man auch häufig sieht, viele der Anwendungen, sei es jetzt so eine Leuchte, die sind halt eben limitiert natürlich in ihrer Funktionalität, schon von vornherein. Und man bekommt halt in der Regel eine App für das Smartphone, für das Tablet und das war's. Auch hier keine Integration in ein Ökosystem, was ich vielleicht zu Hause habe, vorgesehen. Hier ist jetzt einfach mal so ein Mapping von Allianzen, die es gibt. Das ist sowohl was Standards angeht, als auch eben Open Source. Ja, also ganz prominent ist natürlich jetzt im Moment das Industrial Internet Konsortium, was in Amerika gegründet wurde, wo aber auch eben einige deutsche Unternehmen dabei sind, unter anderem Bosch und SAP. Und die wollen jetzt nicht unbedingt Standards machen, sondern die wollen einfach, ich sag mal, Unternehmen zusammenbringen, um Testbets aufzubauen. Testbets ist letzten Endes dazu da, dass man die Software-Hardware-Komponenten von den verschiedenen Unternehmen zusammenbringt und mal, ich sag mal, in einer Art von Proof of Concept integriert und vorführt und versucht halt eben auch dann kommerziell zu vermarkten später. Dann gibt es eine Reihe von nationalen, internationalen Gremien, die unterschiedliche Rollen spielen. Das fängt an eben beim Thema Anforderungen. Es gibt einige, die spezialisieren sich darauf. Andere schreiben dann tatsächlich Spezifikationen. Es gibt richtige, ich sag mal, Standards, was nochmal wieder was anderes ist. Dann natürlich müssen solche Standards auch zertifiziert bzw. getestet werden. Das Thema Open Source auch natürlich ganz prominent. Eclipse Foundation, der, ich weiß nicht, Kai, hast du noch einen Vortrag hier auch, oder? Okay, aber es gibt einen von Eclipse, oder? Mit Sicherheit. Das gibt es ein bisschen allgemein. Okay, alles klar. Eclipse ist halt eben hier stark unterwegs, also einmal natürlich im Smart Home Umfeld, aber es gibt auch viele weitere IoT-Projekte, die innerhalb von der Eclipse Foundation vorangetrieben werden. Und das Ganze natürlich muss irgendwann vermarktet werden und kommerziell ausgerollt werden. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Organisationen. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen versucht darzustellen, also einmal natürlich, was den Bereich Networking angeht, eben diese verschiedenen Protokolle. Und das ist auch natürlich nur ein Auszug von das, was wir jetzt in der Bosch-Welt so als die, ja, sag ich mal, wesentlichen Standards sehen. Application Enablers, das heißt halt eben Plattformen, Technologien, also eben natürlich, ne, was im Java Community-Prozess gemacht wird, was die OSGI-Alliance gemacht. Und diese Blöcke sind halt eigentlich so zu verstehen, dass, ne, also bestimmte Dinge stehen natürlich in Konkurrenz zueinander, andere lassen sich miteinander integrieren und OSGI ist halt eben so eine Plattform oder beziehungsweise auch Java, wenn man so will, die neutral ist, was die meisten Standards angeht. So, dann, was wir jetzt, sag ich mal, aus ProSys, aber auch natürlich in großen Teilen in der Bosch-Welt sehen, ist, dass man halt eben ein IoT-Gateway braucht, zum Beispiel ein Smart-Home-Gateway oder natürlich ein Gateway in einer Produktionsanlage, das eben mit den verschiedenen Geräten, Sensoren sich verbinden kann. Das ist, sag ich mal, nicht zwingend notwendig. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo man, das geht, wenn ich notwendigerweise brauche, wo man halt einfach nur das Edge-Device hat. Da hat man dann aber in der Regel eher kein Java. Und, ja, wie gesagt, wir sehen halt, dass es dort eben, dass ein Gateway notwendig ist, unter anderem auch, weil es viele verschiedene Protokolle gibt und ich die letzten Endes hier bündeln kann. Ich kann Anwendungen drauf laufen lassen und ich kann es natürlich trotzdem immer noch mit der Cloud integrieren. Warum braucht man ein IoT-Gateway letzten Endes? Dass ich halt eben Geräte anbinden kann, die beispielsweise nicht IP-fähig sind und eben so nicht direkt ins Internet angebunden werden kann. Ich kann halt eben lokale Anwendungen drauf laufen lassen und das Ganze ist natürlich dann auch eben managbar. Ja, also Vorteile von einem IoT-Gateway ist natürlich, wie schon gesagt, dass ich die ganzen verschiedenen Protokolle integrieren kann im Best-Fall. Dass ich auch eine lokale Automation-Engine haben kann. Dass ich halt auch eine gewisse Autonomie habe, was meine bestimmte Anwendung angeht. Dass ich natürlich Latenzzeiten reduzieren kann, beziehungsweise auch in gewisser Form eine Realzeitumgebung haben kann oder muss sogar. Und ja, also ich kann halt letzten Endes natürlich auch den Datenverkehr in die Cloud optimieren, weil ich muss eben nicht alle Daten rausschicken. Was sehen wir da an Anforderungen? Mehrfach schon gesagt, man muss natürlich in der Regel mehrere Protokolle unterstützen. Wir sehen das sehr häufig, auch gerade im Smart-Home-Umfeld. Mit einem Protokoll kommt man häufig nicht aus. Also wir haben viele Gateway-Hersteller, die dann zum Beispiel, ich sage mal, Homatic, Zigbee, InOcean gleichzeitig unterstützen, um einfach eine größere Vielfalt an Geräten auch integrieren zu können. Ja, also natürlich brauche ich meine eigene Applikationslogik auf dem Gateway. Ich muss das Ganze aus der Ferne managen können. Im Bestfall ist die Plattform natürlich modularisiert. Ich habe die Möglichkeit, den Lifecycle der Anwendungen zu steuern. Ich kann die Abhängigkeiten zwischen den Anwendungen managen. Das Ganze muss natürlich dynamisch sein. Ich muss also eben zur Laufzeit Dinge ändern können, ohne dass ein Reboot notwendig ist. Je nach Anwendungsfall will ich auch Dinge voneinander isolieren. Auch wichtig ist natürlich das ganze Thema Resource Management. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und ja, ich möchte natürlich, um als Entwickler meine Arbeitszeit und auch meine Kosten in irgendeiner Form im Rahmen zu halten, natürlich auf Standardservices zurückgreifen. Man muss, man muss nicht, aber man sollte im Idealfall natürlich sowas wie ein Device Abstraction Layer haben, dass ich halt eben nicht ein Experte in den verschiedenen Protokollen sein muss, sondern ich will nur gegen ein Interface entwickeln. Man hat in der Regel auch eine Automation Engine, wo ich halt eben sagen kann, wenn jetzt die Taste gedrückt wird, dann soll halt etwas passieren und das natürlich auch beliebig komplex machen kann. Und ja, also Event History, Data Logging, User Interface. Ich glaube, das ist klar. Ja, wir sehen hier eben insbesondere OSGI als Umgebung für solche IoT-Gateways. Das Ganze, wie gesagt, basiert auf Java. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Wie gesagt, ich bin in der OSGI Alliance jetzt seit auch gut 15 Jahren tätig, würde ich sagen. Die Alliance selber gibt es aber schon länger. Der OSGI wurde 1999 gegründet. Ich werde jetzt, was das Technische angeht, dann gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Der Punkt ist, OSGI gibt es als Open Source und auch als kommerzielle Software. Das gibt es für alle möglichen Bereiche, wenn man so will, nicht nur IoT. Also Eclipse, die Entwicklungsumgebung, dieser Plugin-Mechanismus, das ist OSGI dahinter. Viele Java Enterprise Application Server, Glassfish, WebSphere haben ein OSGI-Core. Und ja, wie gesagt, man findet OSGI in Autos, in Smart Home-Geräten und derartiges. Im Vergleich zu vielen anderen Standardisierungsgremien haben wir einen, ich würde sagen, transparenteren Entwicklungsprozess. Das heißt, die Spezifikationen, an denen wir arbeiten, die sind zu jeder Zeit einsehbar. Wir haben ein GitHub-Repository, wo die Dokumente abgelegt sind. Und wenn die aktualisiert werden, stehen die im Prinzip auch für Nicht-Mitglieder zur Verfügung. Und man kann dann eben dann über Baxilla auch Feedback liefern. Ganz wichtig ist natürlich, OSGI ist Teil eines Ökosystems. Also OSGI sieht sich jetzt nicht als alleinige IoT-Plattform, als alleinige Lösung, um die Probleme von IoT zu lösen. Deswegen arbeiten wir natürlich mit anderen Organisationen zusammen. OSGI, wie gesagt, gibt es seit 15 Jahren, also da gibt es eine Reihe an Best Practices aus allen möglichen Bereichen. Als es gegründet wurde 1999, war das Ziel, Geräte im Netz oder im Heim zu vernetzen. Wir sind dann halt eben über die Zeit, wie gesagt, zu Enterprise-Application-Servern übergegangen. Wir hatten eine Vehicle-Expert-Group, es gab eine Mobile-Expert-Group, es gibt die Residential-Expert-Group und mittlerweile natürlich auch eben wieder das Thema IoT ganz vorne. Zu den Mitgliedern gehören halt eben auch ein paar namenhafte Unternehmen, unter anderem Huawei, Telekom, Oracle, IBM, Software AG. Das heißt, also auch hier, wir haben halt viele wichtige Player eben aktiv bei uns mit dabei. Was ist OSGI? OSGI ist eine modulare Software-Architektur, wie gesagt, basiert auf Java. Es ist im Prinzip eine Ausführungsumgebung für Anwendungen. Wir standardisieren jede Menge Schnittstellen, unter anderem auch eben ein Geräte-Abstraktions-Layer, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Letzten Endes ist es ein Framework für Anwendungsentwicklung. Wir haben eine, ich sage mal, eine Architektur, die wirklich generisch ist, sei es eben für die Cloud, für Enterprise, IoT-Anwendungen. Und es kann halt eben auf einem Gerät lokal laufen oder halt eben auch über viele Geräte verteilt sein. OSGI ist wirklich eben über, also alles, oder es geht da eben insbesondere auch um dynamischen Services, Service-Lifecycle. Wir können halt eben standardisiert Software-Updates durchführen beispielsweise und das Ganze natürlich auch unter anderem wegen Java portierbar, wiederverwendbar. Und ja, so sieht es letzten Endes aus. Wir haben also, wir nennen OSGI das Modulsystem für Java. Letzten Endes, was es macht, ist, wir haben natürlich ganz normal eine Java-Machine. Je nach Umgebung kann das natürlich, sage ich mal, unterschiedlich komplex sein. Insbesondere in der Embedded-Welt habe ich damit zu kämpfen, dass es eben, also eine Standard-JDK zu mächtig ist. Das heißt, also ich muss irgendwie mich mit Anbietern auseinandersetzen, die halt solche Embedded-Varianten haben. Und ja, da gibt es halt häufiger, sage ich mal, oder da gibt es die Herausforderung, unter anderem, dass ich natürlich viele verschiedene Plattformen bedienen muss. Das heißt, im Vergleich zu, ich sage mal, der normalen Enterprise-Welt, wo ich in der Regel x86-Architektur habe, habe ich natürlich im Embedded-System vielleicht auch natürlich x86, aber ich habe auch eben ARM, ich habe MIPS, ich habe unter Umständen andere Betriebssysteme, nicht nur Linux, sondern auch vielleicht irgendwelche Realzeit-Betriebssysteme wie QNX und VxWorks. Und das muss man halt alles letzten Endes beachten. OSGI spezifiziert erstmal diese Execution-Umgebung. Das ist letzten Endes, was ich von der Java-Welt brauche, welche Klassen brauche ich. Wir haben ein Modul-Layer, darüber, sage ich mal, werden die Abhängigkeiten zwischen den, oder nicht nur die Abhängigkeiten, sondern wobei werden die, ja, also wird festgelegt, wie Code importiert, exportiert wird zwischen verschiedenen Bundles. Wir haben ein Lifecycle-Layer, das heißt, hierüber kann ich dann eben, ja, wie schon gesagt, zur Laufzeit neue Anwendungen installieren, deinstallieren, starten, stoppen, konfigurieren und derartiges. Dann gibt es den Services-Layer, was, ich sage mal, ja, so der Service-orientierten Architektur oder der Philosophie der Service-orientierten Architektur folgt. Dieses Publish-Find-Bind-Modell. Das heißt, also, wenn ich jetzt ein OSGI-Bundle, das ist also das Modul letzten Endes, auf meine Java-Welt oder in meine OSGI-Umgebung deploye, dann registriert diese halt eben Services in der OSGI-Registry und darüber können andere Services letzten Endes, sage ich mal, es finden, beziehungsweise darauf zugreifen. Und dann gibt es natürlich noch einen Security-Layer, das heißt, zum einen nutzen wir die Vorteile, die halt eben von Java-Security kommen. Das Ganze ist aber noch erweitert dahingehend, dass ich natürlich zum Beispiel Permissions spezifizieren kann. Das heißt, eine bestimmte Anwendung darf eben anderen Code zum Beispiel nicht aufrufen oder nicht sehen und derartiges. Und wie man sieht, das ist generisch. Das Framework selber, es gibt verschiedene Implementierungen, ein paar hundert Kilobyte. Also das ist in der Regel nicht das Problem. Je nach Plattform, also gerade bei Embedded-Systemen, muss man natürlich, wie gesagt, darauf achten, was die Java-to-Machine angeht. Und da kann es natürlich sein, dass ich halt einfach eine etwas größere CPU, mehr Speicher brauche, als wie wenn ich es jetzt nativ machen würde. Und wir sehen es aber in der Regel trotzdem als gutes Investment, weil zum einen habe ich hier eine standardisierte Plattform. Ich habe portierbaren, wiederverwendbaren Code. Ich habe aufgrund der Modularisierung natürlich auch eine bessere Wartbarkeit meines Codes. Und wir denken, dass also das, sage ich mal in Anführungszeichen, mehr Investment, was man mit Java, OSGI hat, dass ich das durchaus bezahlt mache dann hinterher. Es gibt verschiedene Spezifikationen, die, ja, sage ich mal, IoT-relevant sind, die aus der OSGI-Alliance kommen, also die ein Stück weit spezifisch sind für IoT. Wir haben 2007, glaube ich, die Residential Expert Group gegründet. Und die erste Spezifikation haben wir 2012, glaube ich, rausgebracht. Es war ein etwas längerer Prozess, unter anderem deswegen, weil die Dinge, die wir gemacht haben, es gab die vorher nicht in Form von Prototypen. Das heißt, wir haben also wirklich eine etwas höhere Lernkurve gebraucht, um die Dinge dann auch so umsetzen zu können. Was wir spezifiziert haben letzten Endes, ist zum Beispiel in der ersten Spezifikation alles, was mit dem Thema Management zu tun hat. Also, dass ich halt eben insbesondere in dieser Smart-Home-Welt die schon, ich sage mal, bestehenden Management-Protokolle unterstützen kann. Also, in dem Fall ist das TA69. Das ist ein Protokoll, das also, ja, ich sage mal, weltweit eingesetzt wird, heute schon in den normalen Routern, um zum Beispiel ein Firmware-Update zu machen. Was wir letzten Endes gemacht haben, ist, wir haben also dieses TA69-Datenmodell genommen, haben es auf OSGI gemappt. Wir haben mit dem Counterpart, also dem Broadband-Forum, gemeinsam gearbeitet, um das, also ein neues Protokoll zu erweitern letzten Endes, damit auch Software-Module über dieses Protokoll deployed werden können. Und, ja, das ist so viel dazu. Wir hatten letztes Jahr ein zweites Release. Da haben wir dann unter anderem verschiedene Protokolle unterstützt. Also, es ging unter anderem, also, InOcean. InOcean ist eines dieser schnurlosen Protokolle im Smart-Home-Umfeld. Die, die sich damit auskennen, kennen das. Es ist, ja, durchaus eines der etwas bekannteren, vielleicht nicht der größten, aber bekannteren. Wir haben USB, eine Device-Category-Spezifikation gemacht. Also, hier gibt es unter anderem das Problem, wenn ich einen Router habe und ich will ein neues Protokoll, dass ein neues Protokoll unterstützt wird. Dann muss der Router in der Lage sein, zu erkennen, das hier ist jetzt ein Zigbee-Dongle. Und das haben wir halt eben spezifiziert, dass das ein Dongle, ein USB-Dongle nicht einfach nur ein USB-Dongle ist, sondern dass ich halt eben erkennen kann, aha, damit kann ich jetzt zum Beispiel die unterschiedlichen Protokolle unterstützen. Dann natürlich Serial-Device-Service-Specification. Hier geht es natürlich darum, die seriale Schnittstelle zu unterstützen. Klingt wahrscheinlich einfacher, als es ist, aber gerade in der Java-Welt gibt es viele unterschiedliche Bibliotheken, die alle, sag ich mal so, ihre Eigenheiten haben. Es gibt keinen Standard, so wie ich das sehe, wird aber daran gearbeitet. Und wir haben halt eben, ja, sag ich mal, einen Weg geschaffen, dass ich eben, egal welche Bibliothek ich, Java-Bibliothek ich habe, dass ich diese halt unterstützen kann. Bei Network Interface Information Service geht es darum, dass ich in der Java-Weltstand heute zum Beispiel nicht die Informationen bekomme, wenn sich eine IP-Adresse ändert. Das ist bei Routern natürlich ein Problem, die ändern sich ja hin und wieder. Und das war unter anderem ein Ziel dieser Spezifikation, dass ich halt eben in der Lage bin, wenn sich eine IP-Adresse, eine MAC-Adresse ändert, dass ich die Informationen innerhalb der Software-Umgebung bekommen kann und natürlich dann auch irgendwelche Konfigurationen vornehmen kann. Resource Monitoring erkläre ich gleich noch etwas zu, genauso eben zu Device Abstraction Layer. Wir haben im September letzten Jahres eine IoT-Expert-Group gegründet. Wir haben im Moment, Stand heute, 12, 13, 14 aktive Firmen, die sich daran beteiligen. Wir sind im Moment noch in der sehr frühen Phase. Es geht also eigentlich darum, Anforderungen zu sammeln und zu definieren. Und das machen wir in Form von sogenannten Request for Proposals. Und dort beschreiben wir halt im Prinzip das Problem, die Use Cases und die Anforderungen, die daraus letzten Endes entstehen. Und im nächsten Schritt wird dann halt das technische Design gemacht. Dann kommt die Spezifikation zusammen mit der Referenzimplementierung und einem passenden Set von Test Cases. Ja, wir sind also gerade dabei, unter anderem die schon bestehende Device Access Spezifikation zu verbessern. Bei Device Access geht es letzten Endes darum, dass ich in der Lage bin, wenn ich ein Gerät in mein Heimnetzwerk beispielsweise hinzufüge, dass dieses automatisch erkannt wird und dass dann auch die entsprechenden Treiber installiert werden. Und das ist, ich sage mal, jetzt nicht unbedingt die einfachste Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Und wir versuchen das gerade dahingehend zu verbessern, dass man zum Beispiel Pojos unterstützen kann, derartiges. Dann haben wir gerade ein White Paper, also dieses RFP 176. Da entsteht gerade ein White Paper draus, so ein bisschen so Best Practices zum Thema Security in Java, OSGI-Umgebungen. Und es gibt auch mittlerweile schon eine Testumgebung dafür, dass man halt also wirklich verschiedene Attacken beispielsweise simulierend testen kann, ob das eben in meiner Umgebung sicher ist. Wir arbeiten gerade an Coop-Support. Da geht es eigentlich darum, von der Idee her, dass ich also dieses Coop, es ist also neben MQTT, eins der, sage ich mal, weit verbreitetsten IoT-Protokolle. Die Idee bei Coop ist, dass wir in der Lage sind, Coop-Services in einer OSGI-Umgebung sichtbar zu machen und zur Verfügung zu stellen und OSGI-Services als Coop-Services exportieren zu können. MQTT sind wir auch gerade dran. Da geht es im Prinzip darum, dass ich halt eben MQTT-Messages in zum Beispiel OSGI-Events transformieren kann, beziehungsweise OSGI-Events letzten Endes in MQTT transformieren kann. Wir sind auch gerade dabei, mit der OneM2M-Organisation uns auszutauschen. Die machen ja auch, ich sage mal, eine IoT-Plattform. Und die Zusammenarbeit basiert letzten Endes darauf, dass wir halt gucken, welche Komponenten von OneM2M können halt eben unter anderem mithilfe von OSGI umgesetzt werden. OneM2M arbeitet zum Beispiel gerade an einem sogenannten Smart-Device-Template. Das heißt also, wie beschreibe ich ein Gerät semantisch? Und auch da sind wir jetzt halt zum Beispiel dran, dass wir sagen, das fehlt uns jetzt zum Beispiel auf der OSGI-Seite. Wir haben ein Device-Ubstraction-Label. Wir haben keine Beschreibung von den Geräten. Und das haben wir auch nicht vor, selber zu machen. Dafür sind wir zu klein. Dafür gibt es größere Organisationen. Und ja, das wäre jetzt halt so eins der Ziele der Zusammenarbeit. Wir haben eine IoT-Demo. Wer auf der EclipseCon letztes Jahr war, hat sie eventuell schon gesehen. Es gibt halt eben einen Zug, der rumfährt. Und es gibt halt eben verschiedene Sensoren. Und man kann halt eben den Zug, sage ich mal, steuern. Es gibt einen Track-Manager. Man kann die Gleise entsprechend schalten und derartiges. Und wir bauen das weiter aus. Und ja, letzten Endes haben wir zum Beispiel letztes Jahr auch die Teilnehmer gebeten, das, sage ich mal, während der EclipseCon weiterzuentwickeln. Und eigene Services zu implementieren. Und das werden wir auch dieses Jahr weitermachen. Ja, so sieht dann eine End-to-End IoT-Lösung aus. Wie gesagt, man hat ein Gateway mit einer Java-to-Machine. Zu Java sage ich gleich noch ein bisschen was. Wo ich halt eben verschiedene Standarddienste habe. Also zum einen brauche ich natürlich User-Rollenmanagement. Das ist so etwas, was auch standardisiert von OSGI zur Verfügung gestellt wird. Ich brauche verschiedene System-Services. Ich brauche natürlich den Device-Substraction-Layer, dass ich eben diese verschiedenen Protokolle letzten Endes abstrahieren kann und dem Entwickler eine Schnittstelle zur Verfügung stellen kann, mit dem er dann seine Anwendung entwickeln kann. Der Automation-Layer letzten Endes, um Szenarien definieren zu können. Ich will natürlich Daten sammeln und die gegebenenfalls natürlich exportieren. Das ganze Thema Management. Also ich brauche halt natürlich eine Device-Software-Management-Plattform. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch natürlich irgendwie ein Ökosystem aufbauen will mit einem App-Store, dann muss ich natürlich in der Lage sein, Anwendungen von Drittentwicklern integrieren zu können, die zur Verfügung stellen zu können. Und dafür braucht man natürlich dann auch eben ein passendes Repository. Ja, und auch natürlich hier, wie gesagt, das Management der Plattformen mit standardisierten Protokollen Alatea 69, OMA, DM. Ja, Java oder der Einfluss von Java auf OSGI, jetzt auch insbesondere mit Sicht auf Java SE Embedded. Im Vergleich zu vorherigen Java-Versionen hat Java SE Embedded sich eigentlich herausgestellt, dass es kleiner und schneller ist. Das heißt, wir konnten wirklich die virtuellen Machine auf Gateways zum Laufen bringen, wo es vorher nicht möglich war und auch performanter halt. Und es gibt halt eben die verschiedenen Kompakt-Profiles, die natürlich sich unterscheiden, ob es eben mit UI-Aspekten sind, ohne UI-Aspekte und derartiges. Und auch das hat natürlich dann nochmal wirklich einen enormen Einfluss auf den Footprint, auf den Speicherverbrauch. Und also daher, für uns Java SE Embedded super. Und es lässt sich natürlich auch eben sehr schön integrieren mit solchen Script-Engines wie Nashorn und derartiges. Was wir unter anderem auch dann halt eben für solche Automation-Engines nutzen können beispielsweise. Java 9 ist ja, sag ich mal, auf der Roadmap. Diejenigen, die sich mit dem Java-Community-Prozess vielleicht ein bisschen auseinandersetzen, also so wie wir das im Moment wahrnehmen, viele Dinge, die, sag ich mal, unter Sun öffentlich entwickelt wurden, werden jetzt eigentlich hinter verschlossenen Türen entwickelt. Und dann, wenn man im Prinzip damit fertig ist, gibt es ein JSA, es gibt relativ zügig eine Implementierung davon. Und ja, ich sag mal so, die externe Welt hat ja nur noch bedingt Einfluss darauf. Also von daher sind wir im Moment, was das angeht, ja, nicht so ganz glücklich. Dann gibt es natürlich das ganze Thema Jigsaw. Wenn jemand jetzt, sag ich mal, so ein bisschen diese Java oder diese Modularisierungs-Diskussion verfolgt hat in den Medien, mit Jigsaw versucht Oracle ja nun seit 2005, glaube ich, tatsächlich die Java-to-Machine zu modularisieren, was also definitiv gut ist, weil es natürlich auch nochmal wieder Einfluss darauf hat, dass ich zum Beispiel den Speicherverbrauch und die Ressourcen optimieren kann. Ich nehme halt wirklich nur eben die Klassen, die für meine Anwendung notwendig sind. Ich kann es dann natürlich nachträglich entsprechend erweitern. Alles prima. Was wir im Moment so ein bisschen, ja, kritisch sehen, aber ich denke, man wird das dann sehen, wenn es wirklich final verfügbar ist. Man versucht, glaube ich, von Euckel, Jigsaw so ein bisschen so zu positionieren als Alternative zu OSGI. Das sehen wir eher nicht. Also wie gesagt, als Ergänzung, super. Und es gab auch, also ich glaube, schon von Beginn an, sag ich mal, ja, kritische Meinungen aus der Java-Community. Warum braucht man halt Jigsaw? Warum nimmt man nicht OSGI? Wir sehen mittlerweile, glaube ich, selber ein, also aus der OSGI-Welt, dass also Jigsaw grundsätzlich von der Idee her, wie es gemacht wird, um die JVM zu modularisieren, richtig ist, ja, also da wäre OSGI vielleicht tatsächlich ein Stück weit zu mächtig. Der andere Punkt ist aber, was wir nicht sehen, ist, dass man damit halt eben, ich sag mal, komplexe Anwendungen entwickeln kann. Also es gibt zum Beispiel keine Versionierung von Modulen in Jigsaw. Marc Reinhold hat zwar gesagt, das brauchen wir nicht, weil man das eben über das Build-Tool abbilden will, aber also letzten Endes, wir können es uns nicht vorstellen. Aber man wird sehen. Dann gibt es natürlich Java ME, also Micro Edition Embedded, auch in der Version 8. Hier kann man nicht OSGI drauflaufen lassen. Also ich weiß nicht, wer früher die CLDC-VMs gekannt hat oder die CLDC-Welt kannte. Es gibt halt kein Classloading. Es gibt halt verschiedene Dinge nicht, die ich brauche, um eine OSGI-Ausführungsumgebung laufen lassen zu können. Also wenn, dann eher für Edge-Devices, wobei diese dann natürlich ein Stück weit mächtiger sind als, ich sag mal, viele normale Edge-Devices. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mit Java wohlfühlt, ist das natürlich eine gute Alternative. Wir haben zum Beispiel selbst auch mal damit experimentiert, unsere OSGI-Umgebung auf einer CLDC-Plattform zum Laufen zu bringen. Das musste natürlich angepasst werden. Das heißt also, den Code, den ich jetzt letzten Endes entwickle, den kann ich jetzt halt nicht in Form von vielen verschiedenen Bundles zusammenpacken, sondern ich muss ein Modul letzten Endes zur Verfügung stellen. Und ich muss auch natürlich dieses gesamte Modul dann updaten, deployen und derartiges. Und ich muss es halt auch eben für die Umgebung jeweils entsprechend kompilieren. Hat aber wie gesagt den Vorteil, dass ich natürlich geringeren Ressourcenverbrauch habe. Wir haben so einen Management-Agenten dafür zum Beispiel, der 30 Kilobyte groß ist. Das heißt, man kann bestimmte Dinge oder bestimmte Vorteile von OSGI halt eben nutzen, aber halt leider nicht alle. Resource Management. Ich habe jetzt das Thema Resource Management mir mal rausgestochen, weil ich natürlich, wenn es um Ökosysteme geht, das heißt also, ich habe die Plattform nicht alleine unter Kontrolle, sondern ich habe natürlich Drittparteien, die irgendwie in diesem Ökosystem teilnehmen wollen, muss ich natürlich sicherstellen, dass meine Umgebung stabil lauffähig ist. Also ich will natürlich nicht, dass bestimmte, also wir arbeiten zum Beispiel mit KUKA, was Industrieroboter angeht, zusammen. Und der Roboter muss natürlich immer lauffähig sein. Das heißt, wenn ich also jetzt irgendwelchen Code habe, der sich in irgendeiner Form fehlerhaft auswirkt, dann muss ich den in irgendeiner Form relativ schnell kontrollieren können. Und das ist in der OSGI-Umgebung ein Stück weit tricky, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, also fangen wir anders an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Einmal kann ich natürlich verschiedene JVM-Instanzen haben. Dann habe ich eine Isolierung und ich kann diese dann auch entsprechend managen. Ist aber nicht zwingend ressourcenschonend. Also das ist ja die Idee auch von OSGI. Ich habe eine Java-Verture-Machine und innerhalb dieser JVM kann ich halt verschiedene Anwendungen haben versus eine Instanz mit einer Anwendung. Dann kann ich natürlich mit unterschiedlichen Classloadern arbeiten. Und ich zeige jetzt mal, wie wir das machen. Also zum einen müssen wir natürlich in der Lage sein, kritische Systemressourcen zu überwachen. Zum Beispiel, dass ich sagen kann, CPU-Verbrauch, Speicherverbrauch, Sockets, derartiges Disk-Space. Und dann eben, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden, dass ich dann halt eben, sage ich mal, steuernd eingreifen kann. Und mit dem Ziel, dass das System natürlich stabil lauffähig bleibt. Es gibt natürlich dann halt eben, sage ich mal, präventive, korrektive Maßnahmen, die getroffen werden können. Also zum einen eine Warnung, wenn ein bestimmter Grenzwert erreicht ist, kann ich halt eine Notification rausschicken beispielsweise. Ich kann aber auch, wenn der grenzweit überschritten wurde, sagen, jetzt muss das die Anwendung, das kann ein einzelnes OSGI-Bundle sein, das kann eine Anwendung bestehend aus vielen OSGI-Bundles sein, sagen, die muss jetzt gestoppt werden oder deinstalliert werden. Ich kann den ganzen Thread killen und ich kann natürlich halt auch eben die Ressourcen, die in der JVM zur Verfügung, oder die genutzt werden, wieder freistellen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Ich habe also hier eben ein normales, sage ich mal, Verhalten. Also hier sieht man halt eben CPU-Consumption bei 50 Prozent ist alles okay. Über 50 Prozent, da sind wir halt eben in einem Warnbereich und über 75 Prozent ein Fehler. Und dann muss ich natürlich entsprechend korrektiv darauf eingreifen. Und das Ganze, wie gesagt, ist in OSGI ein bisschen zwecky, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann das Gleiche für Sockets, wo ich halt eben die Anzahl der In-Use-Sockets letzten Endes überwochen kann. Und das kann ich natürlich spezifisch für meine Umgebung definieren. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Vorgaben machen, sondern das macht wirklich der Plattform-Provider letzten Endes für seine Umgebung. Ja, und OSGI hat ja eben eine Resource Monitoring-Spezifikation entwickelt. Und was wir halt eben machen, ist, dass wir also eine API für Thread-Mapping zur Verfügung stellen. Das heißt, weil ich halt eben nicht feststellen kann, wie viel Speicherverbrauch beispielsweise von einem Bundle kreiert wird oder von einem Set of Bundles, mache ich das halt eben über Threads. Das heißt, ich kann also Services mit dem, oder ich kann den Thread mit dem Bundle assoziieren und letzten Endes sagen, diese Anwendung hat halt eben die Abhängigkeiten und verbraucht oder konsumiert diese Services und das ist der daraus resultierende Speicherverbrauch. Eine API für Konfiguration gibt es und natürlich eben ein Notification-Mechanismus. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es geht hier eben darum, auch den, also das zu überwachen, nicht zu steuern. Das ist nämlich der Punkt. Wir hatten viele, viele, viele Diskussionen mit Kollegen von IBM, die gesagt haben, dieser Resource Monitoring oder dieses Resource Monitoring ist nicht genau. Das stimmt. Das ist, ich sage mal, ein Best-Practice-Wert, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich also eben, wie gesagt, Speicher nicht genau zuordnen kann. Und uns ging es einfach darum, wie gesagt, dass man in der Lage ist, eben sowas abschätzen zu können und dann halt eben Maßnahmen ergreifen zu können. Bei den Maßnahmen, da hatten wir unterschiedliche Meinungen, ja, also dass ich halt eben sagen kann, das Bundle muss gestoppt werden oder wie das geschieht. Und wir haben also dann uns im Laufe der Diskussion entschieden, erstmal nur uns auf das Monitoring zu fokussieren und das Management, ich denke, das werden wir im Rahmen der IoT-Aktivitäten auch wieder fortführen, weil also viele da schon anscheinend Anforderungen haben. Dann geht es natürlich um die Anbindung von Edge-Devices und eben natürlich, also das Abstrahieren von Geräteschnittstellen. Hier nur mal ein Beispiel. Ja, also man kann das jetzt auch letzten Endes, also man muss es nicht im Detail nochmal erklären, aber ich hatte ja schon gesagt, es gibt eben diese vielen verschiedenen Protokolle und letzten Endes will ich halt diese von einem Gateway aus unterstützen können und ich will aber dem Entwickler, der zum Beispiel in diesem Smart-Home-Ökosystem beispielsweise teilnimmt, ja, also nicht aufbürden, sich eben mit den verschiedenen Protokollen auszukennen. Er muss halt eben nicht wissen, wie adressiere ich jetzt ein Zigbee-Gerät oder ein Bluetooth-Gerät und derartiges. Und dafür, also hier sieht man jetzt zum Beispiel nochmal auch beispielhaft, also die Vielfalt von Protokollen, proprietär, standardisiert, dann IP-basiert, nicht IP-basiert, welche, die halt IPv6 unterstützen, andere nicht. Und das ist nur ein Ausschnitt, ja, also es ist nicht komplett. Und warum braucht man eben diese Geräte-Abstraktion letzten Endes? Im schlimmsten Fall ist es so, dass also eine App, also erstmal natürlich sich, wie gesagt, oder der Entwickler sich mit den Technologien auseinandersetzen muss, unter Umständen eben mehrere gleichzeitig. Und das kann halt eben beliebig komplex werden und es kann auch dazu führen, dass ich halt eben Abhängigkeiten kreiere, die ich irgendwann nicht mehr managen kann. Und daher haben wir halt eben einen Device-Abstraction-Layer oder eine API spezifiziert. Da geht es eben darum, dass ich halt Geräte erkennen kann, dass ich dann auch entsprechende Nachrichten verschicken kann, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, dass ich, ja, den Status verändern kann, beziehungsweise erhalten kann, dass ich Eventing-Unterstützung habe, wenn also eben, ne, sich bestimmte Werte ändern. Und das Ganze muss natürlich irgendwie managbar sein, ja, also Firmware-Upgrades beispielsweise, dass ich halt eben auch Edge-Devices updaten kann. Ganz, ganz wichtige Sache, unter anderem bei Fahrzeugen, wo es ja auch häufig zu Software-Fehlern kommt, wo man jetzt halt eben auch daran arbeitet, eben in Steuergeräten, Steuergeräten, die bisher, sag ich mal, nicht angefasst werden durften, dass diese halt eben auch updatefähig werden sollen. Die Device-Abstraction-Layer-Spezifikation ist erstmal so generisch, dass man sie prinzipiell für alle Protokolle nehmen kann. Es gibt ein generisches Data-Modell. Man kann natürlich Device-Operations durchführen. Es gibt auch eine Zugangskontrolle basiert auf Benutzer- und Application- oder Anwendungs-Permissions. Das Ganze halt eben auch sehr, ne, ja, fine-grained. Und ich habe halt natürlich auch die, ja, Flexibilität von dem OSGI-Security-Modell. Dann gibt es natürlich einen Mechanismus für Nachrichten, dass ich halt eben, ne, wenn der Device-Status sich ändert, ne, das entsprechend mitteilen kann, wenn es Änderungen am Datenmodell gibt oder, ne, wenn, ne, zum Beispiel, ne, Daten- oder Geräte-Operationen durchgeführt wurden. Das ist jetzt nochmal so das Prinzip vom Device-Abstraction-Layer. Ich habe halt eben natürlich irgendein Gerät, irgendeinen Treiber. Dann gibt es eben sogenannte Protokoll-Adapter. Diese Protokoll-Adapter registrieren sich eben beim Device-Straction-Layer. Und darüber können dann halt eben dann die Geräte registriert werden. Die Geräte werden zum Beispiel auch genauso wie andere Services in der OSGI-Umgebung als Service registriert und sind darüber dann natürlich auch erreichbar. Und dann kann ich halt eben meine Anwendung darauf bauen. Und ja, also wie gesagt, Protokoll- oder nicht-protokoll-spezifisch. Das heißt, also ich kann natürlich Standards unterstützen, unterschiedlicher Art, aber ich kann natürlich auch irgendwelche Proprietären unterstützen. Wenn man sich so ein bisschen mit den unterschiedlichen Protokollen auseinandersetzt, dann merkt man auch schnell, dass diese nicht zwingend immer interoperabel sind. Also zum Beispiel Zigbee ist eigentlich für mich das beste Beispiel. Zigbee hat also verschiedene Spezifikationen. Es gibt verschiedene Hersteller von diesen Chipsets, aber die haben alle ihre proprietären Erweiterungen. Das heißt, wenn ich also einen Zigbee-Controller nehme und ich entscheide mich für den in meinem Gateway und will dann, sage ich mal, einen weiteren unterstützen, dann habe ich wieder Integrationsaufwand. Es ist also nicht einfach wiederverwendbar. Und da gibt es andere Technologien, wie zum Beispiel Z-Wave, da gibt es dann halt eben auch nur einen Chipset-Hersteller. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber man muss das einfach irgendwie, glaube ich, so im Prozess, wenn man seine Lösung entwickelt, auch irgendwie betrachten. Dann gibt es, fangen wir anders an. Wir haben jetzt hier den Device-Ustraction-Aid. Das heißt, wir können Geräte abstrahieren. Wir haben eine Schnittstelle. Was wir nicht haben, ist die Beschreibung der Geräte. Und das ist etwas, was OSGI selber auch nicht machen will. Also wir haben einfach nicht die Player dafür bei uns. Es ist auch nicht schlimm. Und es gibt verschiedene Organisationen, die, wie gesagt, daran arbeiten. Unter anderem eben OneM2M, aber auch andere. Aber das wird halt noch ein paar Jahre dauern, bis es da Standards geben wird. Und bis dahin muss man sich halt behelfen können. Und wir sehen hier den Ansatz, dass, also insbesondere, wie gesagt, die Bosch-Welt, dass sich also Open Source und Standards hier ergänzen können. Und da gibt es eben dieses Vorto-Projekt bei der Eclipse Foundation, das auch von meinen Kollegen, von den Bosch Software Innovations initiiert wurde, was letzten Endes mir dabei hilft, eben Gerätebeschreibungen zu erstellen, zu managen und auch natürlich mit anderen teilen zu können. Und ja, was ich letzten Endes mache, ist, dass ich, also ich habe eine DSL, mit der ich eben sogenannte Informationsmodelle erstellen kann. Und diese Informationsmodelle beschreiben letzten Endes das Gerät, können dann halt eben in einem Repository zur Verfügung gestellt werden. Das gibt es zum Beispiel auch bei der Eclipse Foundation mit schon diversen Beispielen. Und dann können halt eben andere auch davon profitieren. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und dann gibt es natürlich noch das Toolset, worüber ich das dann letzten Endes auch machen kann und worüber ich dann auch zum Beispiel Code-Generatoren für die unterschiedlichen IoT-Plattformen letzten Endes haben kann. Ja, also ein Informationsmodell setzt sich in unserem Fall aus Funktionsblöcken zusammen. Funktionsblock beschreibt letzten Endes eine einzelne Funktion eines Gerätes. Das heißt, also ein Gerät kann halt eben ein Informationsmodell mit einer beliebigen Anzahl von Funktionsblöcken haben. Und wie gesagt, ich kann halt eben eigentlich alles beschreiben. Ich kann also einen bestimmten Sensor beschreiben. Ich kann ein Gerät beschreiben, wo der Sensor drin verbaut ist. Ich kann auch natürlich ein Auto beschreiben, was natürlich aus vielen verschiedenen Sensoren, Aktoren besteht beispielsweise. Und ein Funktionsblock letzten Endes, ja, hier sieht man halt eben, es gibt also zum Beispiel Nutrunner, erkläre ich gleich noch, das ist ein Werkzeug von Bosch. Es gibt einen Funktionsblock für Location, dass ich halt eben die Position beispielsweise für dieses Gerät dann halt eben erkennen kann und derartiges. Ja, und die Idee ist letzten Endes, dass ich ein Stück weit Interoperabilität unabhängig von der Technologie, von der eingesetzten Technologie herstellen kann. Ein Gerätehersteller beispielsweise kann, also hergehen, kann sein Gerät beschreiben, kann es ins Repository oder im Repository zur Verfügung stellen. Ein Plattformhersteller kann also dann hergehen und sagen, so hey, ich möchte jetzt natürlich so viele Geräte wie möglich unterstützen und hat dann darüber die Möglichkeit eben zu sagen, so okay, die und die Geräte, die möchte ich jetzt integrieren. Und dann kann dann eben mit Hilfe des Code-Generators dann letzten Endes den Code für seine Plattform generieren. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es dann out of the box funktioniert. Da muss natürlich noch ein bisschen Clue-Code geschrieben werden. Aber letzten Endes, ich reduziere den Aufwand, um Geräte integrieren zu können, erheblich. Und es gibt halt eben Code-Generatoren für unterschiedliche Sprachen und Plattformen. Und das Ganze hilft natürlich auch einem Entwickler, der Services oder Anwendungen entwickelt. Der hat halt natürlich die Möglichkeit, seine Anwendung auch über eine größere Anzahl von Plattformen zur Verfügung zu stellen. Ja, hier ist ein Beispiel. Also Bosch hat halt ein Testbed, da sage ich gleich noch was zu, es heißt Track & Trace. Da gibt es halt eben so ein Werkzeug, es kostet 8.000 Euro. Und hier sieht man einfach mal eine Beschreibung von so einem Funktionsblock. Also eben, was weiß ich, also hier kann ich die Konfiguration beschreiben, ich kann Status, also hier zum Beispiel, wie viele Cycles sind gelaufen und derartiges. Das kann ich also alles dort beschreiben. Und ja, ist relativ einfach. Das heißt, es ist also auch für Personen gedacht, die nicht zwingend Entwickler sein müssen. Ja, Track & Trace Testbeds, das versuche ich jetzt etwas schneller zu machen. Also hier geht es eben darum, dass ich dieses Werkzeug habe. Das Werkzeug selber, gehen wir mal hier hin, ist, wie gesagt, kommt aus dem Industriebereich, kostet 8.000 Euro das Stück, hat ein Linux-Betriebssystem integriert, hat eine Wi-Fi-Anbindung und es ist programmierbar. Und es kommt insbesondere eben im Flugzeug- oder Autobau vor, wo ich natürlich sicherstellen will, dass Schrauben korrekt verbaut werden. Die Idee hier ist jetzt halt eben, dass ich also A, in Abhängigkeit von der Position des Geräts programmieren kann, dass ich die Informationen vom Schraubprozess speichern, visualisieren kann und dass ich letzten Endes natürlich meine Flotte von Geräten managen kann. Und das war das erste Testbed von dem Industrial Internet Konsortium, von Bosch initiiert. Wir machen das zusammen mit Cisco und TechmaHindra. Und ja, also die Idee ist einfach auch hier natürlich mithilfe von Vorto. Ich habe halt eben eine Vielfalt an Werkzeugen, die ich eben in diesem Umfeld einsetze und die muss ich natürlich beschreiben können. Und ich habe unter Umständen natürlich auch Hersteller oder andere Hersteller, nicht nur eben Bosch. Das heißt also auch, die Interoperabilität spielt eben eine wichtige Rolle. Und das war halt eben so eine der Ziele von dem Testbed. Ja, hier wie gesagt, Abhängigkeit von der Position, will ich den Prozess halt eben starten beziehungsweise natürlich auch die Daten von dem Prozess speichern, analysieren können. In der ersten Phase ging es halt eben darum, dass wir natürlich erstmal gucken können, welche Tools sind da, was ist der Status, was haben die alles gemacht, wo sind die zum Beispiel auch innerhalb des Shopfloors, ganz wichtig. Was halt eben auch wichtig ist, natürlich eben den Schraubprozess, wie gesagt, zu analysieren. Muss ich ihn verbessern? Muss ich, ne? Oder auch, wie gesagt, zur Qualitätsanalyse. Ja, also ich als Flugzeughersteller muss natürlich auch in der Lage sein zu können, nachweisen zu können, als das Flugzeug die Produktion verlassen hat, war alles in Ordnung. Lokalisierung, wie gesagt, ganz wichtig. Hier ist das Problem, Kosten, also wenn ich Präzision haben will, kostet das. Also ich kann nicht einfach WiFi nehmen, ja, dann habe ich halt ein paar Meter Unterschied oder Toleranz. Wir haben jetzt kürzlich eine neue Technologie integriert, da haben wir also bis zu zehn Zentimeter genaue Präzision gehabt, aber das kostet natürlich dann auch so ein paar tausend Euro. Ja, also was wir hier gemacht haben, ist eben mit Hilfe von Vorto, zwei Plattformen letzten Endes zu verbinden und Interoperabilität herzustellen. Das heißt, wir haben also eben diesen Nexonadrunner, das Informationsmodell genommen, beschrieben. Wir haben halt die OSGI-Umgebung hier gehabt, worüber das dann, sag ich mal, als abstrahiertes Gerät zur Verfügung gestellt wird. Wir haben die gleiche Abstraktion auf der Management-Seite, auf dem Remote-Management-Seite, Management-System. Ich habe also eine Realzeit-Stream, wenn man so will, zwischen den beiden Plattformen und was wir dann gemacht haben, ist eben eine Restschnittstelle zu dieser SingWorks-Plattform hergestellt und diese SingWorks-Plattform ergänzt uns an der Stelle, dass es halt eben schöne Mashups schneller machen kann. Und SingWorks kann natürlich im Prinzip auch alles das machen, was die Bosch-IoT-Suite beispielsweise machen kann. Die Idee ist aber auch hier zu sagen, dass zum Beispiel, also wir werden Interoperabilität nicht nur bei den Protokollen brauchen, sondern auch bei den Plattformen, bei den Ökosystemen. Das Smart Home ist jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen, ein eigenes Ökosystem, aber es wird halt eben auch Teil des Smart Grids. Und auch hier muss ich halt eben gucken, dass ich diese Welten zusammenbringen kann. Ja, und das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie so ein Mashup aussehen kann mit SingWorks. Wie gesagt, man kann das relativ easy machen, man muss nicht mal entwickeln können. Das ist wirklich so ein Visivik-Tool und wie gesagt, an der Stelle ergänzen sie das, was wir halt eben machen und dann noch zum Abschluss. OSGI ist, sagen wir mal, ein bisschen tricky. Also nicht OSGI als solches, sondern das Konzept von Modularisierung ist tricky. Und wenn man sich damit ein bisschen schwer tut, macht es Sinn, sich eben dieses On-Route-Projekt anzuschauen von der OSGI Alliance, das ist Open Source. Und wir haben halt versucht, so ein bisschen so Best-of-Breed an Komponenten zur Verfügung zu stellen und, ja, ich sag mal so, die Schmerzen, die eben das Thema Modularisierung mit sich bringt, so ein bisschen wegzunehmen, sodass also ein Java-Entwickler heute schon eigentlich relativ oder einen relativ einfachen Start hat bei sowas. Und damit wäre ich am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank.